Liebe Lenski-Familie, hallo miteinander. Es freut mich riesig, dass ich in den nächsten paar Jahren eine Werbepartnerschaft mit dem Lenderpark eingehen darf. Das ist meine Heimat, hier bin ich zu Hause. Ich bin überzeugt, dass das eine ganz coole Sache wird. Ich freue mich riesig darauf. Bis jetzt darf ich so heu miteinander und hoffentlich auf ein kleines Treffen. Ich hoffe, dass ihr mich noch für den Schlussspurt drückt. Tschüss zusammen.